Willkommen in Mersin, einer der schönsten Städte der Türkei an der östlichen Mittelmeerküste gelegen. Mersin ist ein Handels-, Kultur- und Geschichtszentrum und bietet einige der schönsten natürlichen Landschaften des Landes. Es ist eine Stadt, die viel zu bieten hat, und eine der neuesten Ergänzungen der Skyline ist TZ Panorama, ein neues Wohnprojekt, das das luxuriöse Leben in Mersin neu definieren wird. TZ Panorama ist ein Projekt, das sich über 9300 Quadratmeter erstreckt und im Juni 2023 fertiggestellt sein soll. Dieses beeindruckende neue Gebäude bietet eine Reihe von luxuriösen Apartments mit erstklassigen Annehmlichkeiten und ist somit eine der begehrtesten Adressen der Stadt. Die Wohnungen in TZ Panorama sind so konzipiert, dass sie den Bewohnern Komfort, Luxus und Bequemlichkeit bieten. Die Wohnungen sind in zwei Konfigurationen, 3 plus 1 und 2 plus 1, erhältlich und haben eine Größe von jeweils 120 Quadratmetern und 100 Quadratmetern. Diese geräumigen Apartments bieten den Bewohnern einen schönen Blick auf die Skyline der Stadt und sind der perfekte Ort zum Leben. Eine der markantesten Eigenschaften von TZ Panorama ist die schöne 1500 Quadratmeter große Grünfläche, die so konzipiert ist, dass den Bewohnern eine friedliche und ruhige Umgebung geboten wird. Die Grünfläche ist ein perfekter Ort für die Bewohner, um sich nach einem langen Arbeitstag zu entspannen oder Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Das Gebäude verfügt auch über einen 300 Quadratmeter großen Swimmingpool, der an heißen Sommertagen eine erfrischende Abkühlung bietet. TZ Panorama bietet den Bewohnern auch eine 800 Quadratmeter große überdachte Parkfläche und bietet ausreichend Platz für Bewohner und Besucher. Diese Funktion ist besonders praktisch, da das Parken in der Stadt manchmal eine Herausforderung darstellt. Die Wohnungen in TZ Panorama sind mit den neuesten Innenausstattungen ausgestattet, um ein komfortables Wohnen zu gewährleisten. Die Wohnungen verfügen über eine abgehängte Decke, Küchenschränke, Kleiderschränke, Badezimmerschränke, Arbeitsplatten aus Stahl, Stahleingangstüren, PVC-Fenster und importierte silikonbasierte Farbe. Die Sanitärarmaturen sind von erstklassiger Qualität und die Wohnungen haben einen 10 mm Laminatboden und Balkonblaspartien. Das Gebäude verfügt auch über eine Reihe von sozialen Einrichtungen, die es zu einem perfekten Ort für Bewohner machen, die das Zusammenleben in der Gemeinschaft schätzen. Diese Einrichtungen umfassen einen offenen Pool, außen- und geschlossene Parkplätze, eine Sauna, ein Hammam, Sportplätze, einen Kinderspielplatz sowie einen Grill- und Entspannungsbereich. Die sozialen Einrichtungen sind darauf ausgelegt, den Bewohnern von TZ Panorama ein abgerundetes Wohnerlebnis zu bieten. Mersin hat eine reiche Geschichte und Kultur und ist bekannt für seine wunderschöne natürliche Umgebung. Die Stadt hat eine lebendige soziale Szene mit vielen Restaurants, Cafés und Einkaufszentren, die für jeden Geschmack etwas zu bieten haben. Mit diesem prächtigen Neubau können Bewohner das Beste von Mersins Geschichte, Kultur und sozialer Szene erleben, während sie in luxuriösen Apartments leben, die so gestaltet sind, dass sie allen Bedürfnissen gerecht werden. Die Fertigstellung von TZ Panorama ist für Juni 2023 geplant und es ist die perfekte Gelegenheit, um ein luxuriöses Apartment in einer der schönsten Städte der Türkei zu besitzen. Wenn Sie an einem Leben in diesen luxuriösen Apartments interessiert sind, können Sie uns unter der folgenden Nummer kontaktieren oder unsere Website besuchen, um weitere Informationen zu erhalten. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil der TZ Panorama Community zu sein und das Beste zu erleben, was Mersin zu bieten hat. Leben Sie in Luxus und Stil, umgeben von atemberaubender natürlicher Schönheit, reicher Geschichte und einer lebendigen sozialen Szene. Leben Sie in Luxus und Stil, um diese Dinge zu erledigen? Leben Sie in Luxus und Stil, um mitzvallenen Zuhause, rohendigen Sie in Luxus und Stil, um mehr als Infoamizierens zu verhalten? Leben Sie in Luxus und Stil, um gegenwärts in Luxus und Stil.